Andere behaupten es, aber das InvisiPack von Graco ist das wahre behälterlose Melt-on-Demand-Heißschmelzsystem. Schmelzen nach Bedarf für Ihre Verpackungslinie. Sehen wir uns genauer an, wie der Schmelzvorgang vor sich geht und wie Sie damit Geld sparen. Was das InvisiPack Heißschmelzsystem so einzigartig macht, ist die Tatsache, dass die Zufuhr und damit das Schmelzen alleine von Ihrer gewünschten Leistung abhängt. Nachdem Sie die gewünschte Leistung über den Steuerbildschirm eingestellt haben, bestimmt das Gerät automatisch die Frequenz, mit der das Schmelzmodul gespeist werden muss. Das Gerät sendet jedes Mal ein Signal an den Materialbehälter, wenn der Schmelzer nachgefüllt werden muss. Der Materialbehälter befördert dann automatisch das Granulat aus dem Behälter in den Schmelzer. Jeder Zufuhrvorgang umfasst nur rund 80 Gramm Klebstoff. Ist der erforderliche Durchsatz höher, erfolgt die Zufuhr vom System zum Schmelzer häufiger. Ist der erforderliche Durchsatz geringer, erfolgt die Zufuhr vom System weniger häufig. Der Klebstoff wird nicht über lange Zeiträume bei hohen Temperaturen im Schmelzer gehalten. Dank des einzigartigen Gitterdesigns wird der gesamte Klebstoff gleichmäßig erwärmt und der erste Klebstoff, der dem Schmelzer zugeführt wird, ist auch der erste, der appliziert wird. Mit 70% mehr Schmelzfläche als andere Technologien hat das Invisipack-Schmelzgerät das höchste Schmelzverhältnis. Es heizt nicht nur innerhalb von 10 Minuten auf Betriebstemperatur auf, das ist die schnellste Anlaufzeit auf dem Markt. Der Klebstoff hat auch keine Chance zu verkohlen und da es keinen Temperaturschock gibt, ändert sich auch die Klebstoffviskosität nicht. Nach dem Schmelzvorgang drückt die Pumpe den Klebstoff durch den Filter und den Schlauch zum Applikator. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig. Da nur die erforderliche Menge Klebstoff zugeführt wird, schmilzt der Schmelzer den Klebstoff wahrlich nach Bedarf. Also, sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu steigern und dabei Geld zu sparen? Dann verabschieden Sie sich von Verkohlung und begrüßen Sie gleichbleibende Klebstoffqualität und längere Einsatzzeiten. Einsparungen sind garantiert. Weitere Informationen finden Sie auf graco.com slash invisipack, wo Sie auch Ihre kostenlose Prüfung buchen können. Graco Invisipack – Profitabel, zuverlässig, sicher. Vielen Dank.